Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja! Ich will nicht oben im Vereinsheim, sondern hier auf der Haupttribüne bzw. ich werde mit beiden Trainern davorstehen. Ich will nicht oben im Vereinsheim, sondern hier auf der Haupttribüne. Ich möchte mich kurz halten. Wir haben am Mittwoch in Wartlinge natürlich ein maximales Negativerlebnis gehabt. Heute ist es die Plus 3 in Überstrahl, da sind noch ein Unentschieden kassiert. Da wollten wir eine Reaktion sehen von der Mannschaft, die haben wir heute gesehen. Wir haben es fußballerisch hervorragend gelöst mit wirklich technisch ganz hoher Qualität. Wir hatten nur in der ersten Halbzeit zwei, drei Situationen gegen uns, wo so ein bisschen die Kommunikation fehlt. Aber wir haben 8-0 gewonnen, deswegen sind wir natürlich heute sehr, sehr zufrieden in die drei Punkte gerne mit und können jetzt nach den englischen Worten ein bisschen durchschnaufen, auch die Regeneration nochmal kurz nutzen und dann uns auch das nächste Spiel gut vorzuweisen. Und deswegen, ja, die drei Punkte sind hervorragend. Wir haben es fußballerisch sehr gut gelöst. Ich wünsche auch Ihnen bei Turo in den nächsten Monaten viel Erfolg. Ich wünsche, dass die Qualität insgesamt da ist. 08 tut natürlich weh, aber ich glaube, ihr werdet auch wieder stärker zurückkommen. Ich habe da, glaube ich, die letzten beiden Spieler auch bewiesen, dass es möglich ist. Deswegen viel Erfolg am Turo und, ja, man sieht sich. Herzlichen Glückwunsch an Hochholt. Verliebt gewonnen. Natürlich, wie das zustande gekommen ist, für mich ist es zufrieden, wenn man sieht in der ersten Halbzeit, wie weit wir von unseren Gegenspielern entfernt waren, dass es quasi ein Niederschuss im Treffer war, haben wir das nicht gut gemacht, nicht gut gelöst. Ich will auch keine Ausrede hören, von denen wir am Sonnachstatt gespielt haben, schwere Beine. Der eine oder andere will in der Oberliga spielen, will Gas geben, will sich beweisen, will sich zeigen und dafür war das definitiv zu wenig heute. Und da haben wir auch eine harte Arbeit vor uns, die wir machen müssen, wo die Mannschaft weiter intensiver arbeiten muss. Und wollen gucken, dass wir dann in den nächsten Spielern die Punkte holen. Bitte froh, heute mit dem Tim, weiterhin viel Erfolg.